Heyo, meine Freunde, was geht ab? Hier ist euer Delma mit neuen Reactions zu Soufri Benzema. Let's go! Der Bruder Soufri, ich merke schon von der Melodie her, das kann melodieus und sommerliche Vibes zu sich haben. Wir sind gespannt, wir sind gespannt. Der Bruder Soufri, ich liebe das, verstehst du das nicht? Die Jungs mit Fußballtrikots, Bruder, das ist ein Vibe, den musst du verstehen. Klienta fragt, woher der Stoff ausgetan hat? Schüsse fallen von der Neuner Benzema. Mit den Dreris jeden Tag auf Arruina. Mit den Dreris jeden Tag auf Arruina Show, wie ich sage euch ganz ehrlich, ich habe jetzt das einzige Manko, was ich zu bemerken habe in diesem Video ist. Heute geht es um Benzema, halt Real Madrid, aber ich weiß ganz genau, ich bin ein Barcelona-Fan, Bruder. Ich bin kein Madrid-Fan, diese Trikots sind für mich abschauen. Aber okay, ich verstehe den Vibe. Schüsse fallen von der Neuner Benzema. Stell dir mal vor, stell dir mal vor jetzt, du parkst dein Auto, fährst zur Bank, machst rückwärts Kamera und auf einmal ist so ein Nafre mit Arkad. Ui, wie krank. Mit der Kalash durch mein Block wie die Hamas. Stell dir statt auf den Kopf, gib kein Fick auf Habs. Tiki-Taka mit den Ops Polaté Max. Komm aus... Tiki-Taka-Tata. Das hat einen sommerlichen Vibe zu sich. Das hat einen sommerlichen Vibe zu sich, der Song. Der soll gute Laune bringen. Bruder, aber da sind mir zu viele Can-Ax mit Real Madrid-Trikot. Bruder, ich kriege da Paras. Ja, Bruder, da weiß man, was mir an Zufri gefällt. Seine Ausstrahlung, Bruder, der ist am smilen. Dem gehört diese Stadt da, der ist am smilen, Bruder. Der ist... Das gefällt mir, der hat eine gute Ausstrahlung. Soweit ich weiß, konnte er, hat er mal französisch gerappt, er hat auch die Aussprache dafür, er hat diese dreckige Aussprache für diesen französischen Klang. Wenn jetzt der Beat so an, das einzige was ich zu mängeln habe, wenn der Beat jetzt in diesem Beatrop so anzieht und dann so, kennt so diese Rav Kamawa, wäre das brutal gewesen, wäre das sehr brutal gewesen. Schüssen fallen, wie der 9er Benzema, ich verstehe Benzema und so, ich verstehe das, krass ist der Spieler, der verdient auf jeden Fall Ballon d'Or und so, aber goddamn sind mir hier zu viele Real Madrid Trikots. Unsere Vorbilder, Mahrezvi Dicmane, Bro, Daiya Volgova, jawoll. Also Soufri hat schon einen eigenartigen Flow, wie er rappt, ist schon, das sticht schon von der Menge heraus. Also ich könnte mir ihn auch sehr gut vorstellen in diesem französischen Vibe, das ist er in diesem französischen Film, würde auch von seiner Stimmfarbe und von seinem Flow her sehr sehr geil passen. Mit den Dreris, da hat einer ganz viel Kinderpingui genascht, mein Freund. Da war ganz viel Kinderpingui. Schüsse fallen von dem 9er Benzema. Von dem 9er Benzema, oder? Schüsse fallen von dem 9er Benzema. Benzem, Benzema, wenn der den Ballon d'Or nicht gewinnt, würde Arschlecken dann. Oder ich sag euch ganz ehrlich, ich sag euch ganz offen und ehrlich, go was. Der Song? Gechillt, LateBag hat Vibe, ist gute Laune, ist nix, Meisterwerk, ist nix, nein, auf keinen Fall, ist kein Meisterwerk. Aber man kann sich den geben, checkt auf jeden Fall Soufri, Benzema ab, ihr wisst doch, euer Dellmann. So, jetzt auf jeden Fall habe ich extrapoliert. Es gibt keinen Fall.